Dieser gebrauchte Audi A4 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem schwarzen Viertürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei 182.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Einparkhilfe, Dachreiling, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017